ORF Premiere. Er ist zurück. Er ist gefragt. Alexander, mein Bester. Ich hab nicht viel Zeit, ich bin im Urlaub und genieß es. Er ist immer im Dienst. Was? Du hast ein Kind draußen. Ist was passiert? Dramatisches Serien-Special zum Auftakt der neuen Staffel. Der Bergdoktor. Ab Mittwoch, 20.15 Uhr, ORF 2.